Hallo Leute, Willkommen bei Domination und vollkommen überhitzt hier mit Taiko und Fussel. Wir spielen Domination auf dem Mainplex-Server. Und die beiden nehmen auch auf. Zumindest einer nicht auf. Ich weiß nicht, wer also. Ja, ich auch. Ich, alle nehmen auch. Ich gehe in die Mitte, ich gehe Santa. Wir sind... Wir haben diesen Modus noch nie gespielt. Nein, überhaupt nicht. Deswegen wissen wir, wo die Bahn ist und so. Ja, richtig schlecht, also, ne? Ja. Hallo, du Nub. Alter, dieser Scheiß, da ist schon wieder so ein Scheiß-OP-Ranter. Danke. Also, zur Information, ja, wir spielen diesen Modus zur Zeit fast jeden Abend mindestens einmal. Wir können auch schon ein bisschen was. Ähm. Ich hasse diesen Ranger, da ist ein Mage, der irgendwo rumsteht und ich treffe ihn nicht mehr mit meiner Fug. Mit meiner Fug. Fug? Fug? Mit meiner Fug, Fug, Fug. Du bist auch so ein Fug, ey. Nein, Fug. Wie Fug? Wo sind wir denn? Aber Fug, mit U, statt Fug. Fug. Fug, 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 Fug. Fug und Fug, ne? Der Typ wollte mich gerade einsperren in so'n Scheiß-Release. Aber den wollte ich gerade weg. Äh, Bahn ist nicht unser. Bahn, 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 Bahn. Okay, ich bin schon da. Bist du nicht? Ach, ne, das ist... Du bist doch behindert. Ey, ich weiß wo die Bahn ist. Ah. 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 Ich bin der, der, ich bin ein Tank oder was auch immer. Wie heißt der Typ eigentlich? Also, ich weiß es nicht. Also, Tank halt. Er hat, er heißt nicht Tank, aber er hat eine komplette Rüstung, ich habe ein Diamantschwert. Ich habe eine Hook, mit dem kann ich Leute ranziehen und so eine Booster, so eine Boosterachse, mit der kann ich Leute, bam, smashen. Und dann werden die geslaut. Ich habe sogar noch ein Eisenschwert. Das ist irgendwie voll lustig. Ich habe einen Diamantschwert. Ne, ich habe Eisen und Diamantschwert in meinen Hütter. Hä? Ja, ha? Wieso hast du zwei Schwerter? Ja, weil ich ein Cheater bin, merkt man doch. Aber warum hast du das gemacht? Und warum hast du so eine Axt? Ja, bei mir habe ich auch. Ja, wie ohne Witz auch. Hast du keine Mushrooms? Nein, ich habe nicht. Ah, okay. Man kann sein Z-Up ein bisschen selbstzusammenstellen, das werden wir gleich sehen, wenn wir da Lobby nochmal sind, nach der Runde. Ich bin gerade im gegnerischen Spawn reingeraten. Jetzt können wir eigentlich zeigen, was wir sind. Wir sind Brood, ja genau, hier der mit der Dir-Rüstung, nur mit Dir-Schwert. Genau, Brood. Es gibt da noch andere Klassen, die da auch rumstehen. Ihr könnt ja mal, so während wir hier so ein bisschen fighten, anschauen. Ja, wir werden verrecken, wir haben alle Punkte. Ja, ich bin in der Luft gestorben. Also unser Ziel ist eigentlich einmal eine Runde zu spielen, wo die Gegner nicht mehr über 300 Punkte hinauskommen. Haben wir noch nicht ganz geschafft, aber wir waren schon unter 1000 bei einem Team. Ja, das muss man. Ja, stimmt, so unter 500 waren wir einmal. Da der Spielmodus wirkt am Anfang jetzt ein bisschen chaotisch, vielleicht für euch. Im Endeffekt ist aber einfach nur Domination aus anderen Spielmodus bekannt, also einfach Punkte einnehmen und halten. Und dann halt mit ein paar Skills und alles. Und das ist ziemlich cool, also der auf dem Minecraft-Service macht richtig fun eigentlich. Wir nehmen den gerne auf, aber wir wollten den schon lange aufnehmen. Taiko hat sogar schon Runden aufgenommen, stimmt's? Ja, heimlich, aber die sind noch nicht freigeschaltet. Die heimlichste Runden mit uns. Die muss man auch nehmen. Ja, ich muss die ja endlich mal schneiden und so. Hab ich den gerade gehuckt, zu Tode? Ich hoffe ihn jetzt auch. Zack. Au. Oh, ich glaub, ich hab dich gehuckt. Ja, hast du. Dafür hab ich einen getötet. Ich hab unseren Mage weggekürtet. Töte den Mage, 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 Mage. Au. Ich hab den Daumen. Scheiße. Ja, ich hab deinen Mage getötet. Ich hab zwei getötet. Bist du eigentlich behindert, Ranger? Oh, drei getötet. Ich glaub, ich bin krass frisch. Da rennt einer ins Center. Ja. Der, der, der soll erstmal. Der hat sich unsichtbar gemacht. Im Ernst hier jetzt, aber man sieht ihn noch. Werden kann, ich kann nicht schneller werden, warum? Ah ja. Werden mehrere Runden aufnehmen. Bahn einnehmen. Also, ich hab noch so'n Passiv, dass wenn ich länger sprinte, dass ich dann schneller sprinte. Ähm. Werden mehrere Runden aufnehmen und ich werde die hintereinander schneiden. Also wundert euch nicht, warum? Was mach ich denn da? Ich will einen blauen Punkt einnehmen. Ich würde behindern. Der Selbstmord gegangen, der hatte so Angst vor uns. Ja, den hab ich auch gesehen. Richtig guter Typ. Ei, ei, ei. Stirb. Ah ja, das kann jetzt echt die ganze Zeit so gehen, dass wir einfach alle Punkte halten und die Gegner irgendwie keine Chance haben. Ja, das ist 90% der Runden, die wir spielen. Die sind irgendwie so. Die fühlen sich los. Ja, das ist ziemlich traurig, die Gegner sind nicht so gut und manchmal. Der auch hat ein. Hat irgendwie hart ausgeglichen, muss man sagen. Ja. Ja, ja. In den seltenen Fällen bleiben alle Gegner in einem Team. Das ist ziemlich langweilig dann. Aber es gibt einfach so'n Blödmänner, die denken dann, jo, wir haben keine Punkte mehr, dann liefen sie und dann wird halt noch leichter und dann ist halt das Gegner Team komplett am Arsch. Aber hier sieht es gerade ganz gut aus, ne? Nicht wundern, auf der Spielliste sieht man nur die Leute, die gerade am Leben sind. Also, wenn ich die Töte hier. Oh, die Warten wird eingenommen. Diesen. Komm jetzt mal her. Ja, die Deutsche Bahn. Ich verstehe mal Bahn bei euch. Dann ist der jetzt auch von der Spielliste runtergleich. Dieser, die vier, da? Oh, das ist ja gar nicht die Bahn. Ist gar nicht Bahn. Mann, warum brennst du mir hinterher, wo so? Ja, weil die Stadt, da wäre die so. Du bist ja immer noch nicht, wo die Bahn ist? Doch, die ist gegen, so parallel, die, nee, parallel. Die ist da, wo, die ist, die ist links von, dem, der, das ist parallel irgendwie, nimmt man das Parallel? Na, eher gegenüber. Ja, so ungefähr, ne? Ja, so schräg gegenüber von. Ja, wenn du die, äh, Map diagonal hast. Light, light? Oh, little. Hä? Ich hab dich geschmissen. Ich hab dich gehabt. Hacken. Umarmung, umarmungen für alle. Mal um, 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 um. So, wir haben den Punkt schon. Jetzt keine Umarmung mehr. Das ist nicht gut. 15.000 Punkte müssen wir erreichen. Ihr seht an der rechten Seite des Bildschirms, wie viel wir haben. Hallo Juts. Hey du. Komm aus dem Wasser raus, hier mein Freund. Hallo, das ist immer gar nicht. Kontrolle könnte mir stehen bleiben. Dann halt nicht. Mann, der war zu schnell unterwegs. Wurde erstmal hochgepusht. Oh. Jo. Komm mal. Alter. Ich bin nicht mehr da hoch. Manchmal. Manchmal bin ich nicht so gut. Schmeckt ein Tor. Einsicht ist die bessere, die beste, wie heißt das hier? Lösung oder so. Keine Ahnung. Einsicht ist der erste Weg zur Besserung. Ja, genau. Oh, wir haben schon gewonnen. Das ist ja wieder hoch. Ja, dann sehen wir uns wahrscheinlich gleich in der nächsten Runde wieder. Und da sind wir wieder bei der nächsten Runde Dominations. Immer noch mit Lilo und Duso. Nein, nicht die Läbe. Ich gehe gleich zum Markt. Ich gehe gleich zum Markt. Einer muss gleich zu Lake gehen. Ich gehe zu Lake. Ich gehe nicht so. Rechts zum... Denk. Mann. In Ordnung, was das ist. Nein, da schreit. Ernsthaft, Mage. Bist du behindert? Bist du behindert? Was hat er gemacht? Er hat mich eingesperrt. Unser eigener Mage. Das sind immer diese dummen Mages, die nicht verstehen, wofür diese Eiskälte. Und dann hat er dann auch Schnee auf mich geworfen, dass ich Schaden kriege. Das sind genauso wie diese Leute, die bei Sheep Quest immer die eigene Schafe zu den Gegner tragen, weil sie nicht verstehen. Ein dummes Ding. Ich denke, ich habe es nicht gemerkt. Ich habe gerade... Wow. Ich habe gar mein Haar aus dem Auge gemacht, du Arsch. Ihr einfach... Meine sind tot und ich nöse Punktlein. Danke. Ja, ich gehe zur Pyramie. Du hast nicht ein Haar. Was ist ein Haar? Ich habe mich gepelliert. Aha. Ich renne mal in eine Pyramide rein, ne? Die ist gerade unbewacht. Ich bin auch gerade auf dem Weg. Ja. Also ihr habt gerade gesehen, dass ich ganz gut mit der Haar kommen kann. Ich ne. Oh, die... Die... Der Schwein wird eingenommen. Ich gehe zum Schwein. Oh, ich habe Schwein verstanden. Ich habe auch Schwein verstanden. Ich bleibe hier immer in Bewegung, dass ich dann Speed noch habe. Denn, ähm... Oh Gott, scheiße. Ähm, ihr bleibt am Löffel. Die Pyramide wird eingenommen. Warum rennt denn unser Kollege da raus? Was ist denn mit denen hier los? Komm her. Scheiße. Alter. Ist klar. Ich war so nah dran, den richtig fertig zu machen. Dann klaust du mir einfach den Kill? Du warst fast am Sterben, Madame. War nicht am Sterben. Ich habe nur ein paar Hetzchen verloren. Mehr nicht. Ja, ich wollte dich unterstützen. Leid, ich dachte, du würdest, äh, Schwein einholen. Ja, habe ich auch versucht, aber da war ein Mage unten, was weiß ich was. Ah, der ist ja ein Kollege von den Kollegen. Alter, der Mage ist voll brutal. Kollege, hast du ihn mal Ruhe? Aber ich habe trotzdem nicht gekriegt. Ich habe trotzdem noch den Kill bekommen, so Arsch. Alter, was geht mit dem... Was geht mit dem Viech ab? Hä, was geht mit dem ab? Wichtig sind sowieso nicht die Killz, sondern die eingenommenen Punkte. Nee, der hat einen Skill, den ich noch nie gesehen habe, dieser... ...Matteo-Ding da. Ja. Der schmeißt so komische Glasscherben, dann kriegst du ewig den Schaden. Achso, wo du die ganze Zeit so Dauerschaden kriegst. Nein. Er schmeißt mit dem Schwer zu Scherben oder so. Ich bin gerade in der Kaktusfarbe. Der Lake wird angegriffen. Madame Puff. Wo? Das war's am Ende hier. Ja, Puff. Lake wird nicht mehr... Doch. Fuck. Lake wird angegriffen von zwei Leuten. Dann ist keiner einfach da. Warum hab ich beide Maschen... Alter, was ist das für ein Kack-Skill? Der greift die ganze Zeit mit irgendwelchen Items an und macht mir damit voll Schaden. Voll der behinderte Skill? Ich kapier dir nicht. Alter, dann haben wir da einfach gleich zwei dabei. Das ist der Cheater-Skill. Oh, der ist voll behindert. Geh mal zur Lake hin. Das ist voll der komische Skill. Ich kapier dir nicht. Ich hasse das Feuer. Der Dauerfeuer. Was geht da eigentlich auch? Oh, ich war ja auch bei Rot. Bei der Base. Hoppala. Kann passieren. Oh, die wollen Schrein einnehmen und ich bin ganz alleine. Jo, das ist Leute... Hallo, Lake? Nicht? Okay, kein Lake. Ja, ich... Komm. Ich muss Schrein nicht so lange... Ist halt voll unwichtig. Alter, das ist total der behinderte Skill. Der macht mir einfach mit zwei Hits das halbe Leben weg. Echt? Ja. Ich hab nur noch halbes Leben. Ja, der Typ beim Lake. Mach mal hin. Ey. Oh nein. Oh nein. Ja, ich werde sterben. Ich hab versucht mit aller Kerne Schrein zu ähm... Ich verstehe den Skill. Das muss ich dem echt mal auf der Aufnahme angucken. Das ist so krass. Ich mach einfach... Ich geh einfach... Ich bin einfach vor dem Typen. Er macht... Und dann bin ich... Fast kam Paulette kaputt. Wollen wir ihn kurz? Ja, ich bin mir nur kurz kurz im Kiste da. Also Schrein ist sehr gut umgekämpft. Ja, scheiße. Schrein nimmt mir die Pyramide ein. Er hat sich das grad ein bisschen gereimt, oder? Ja. Da hieß es auch Schrein neben mir die Pyramide ein. Ich bin voller Gangster Rapper hier. So... Kaktus Farm. Wo ist denn die da hinten? Beim Schrein. Schrein. Hey du! Mage! Ja, der Typ geht mir so hart auf den Piss, ne? Aua! Alter, jetzt hat er auch noch hier irgendjemand den Phantas Ding dabei. Was ist denn mit dieser Mage Gruppe los? Die gehen voll ab? Wir haben auch einen Ranger als Gegner, ne? Oh. Also haben wir eigentlich nur scheiß Range Gegner. Da sind wir eigentlich ziemlich gefakt mit unserem Team, weil wir nur Tanks sind. Ne Brutes. Ja, aber wir liegen trotzdem vorne. Ja, natürlich liegen wir vorne, aber wir liegen nicht so gut vorne. Ja, gut vorne liegen. Schrein. So, den bin ich gerade ein. Ah, wird angenommen. Hoppala. Während alle anderen kämpfen, kümmere ich mich darum. Ende. Ja, die Kaktusfarben wird angenommen. Nein, von mir wird's eingenommen. Oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was ist das für ne behindertes Skill? Der pusht dich voll nach hinten. Ne, das ist total der behindertes Skill. Ich kapier das nicht. Oh, Market will die eingenommen. Ich krieg dauernd offen. Normalerweise sterbe ich einmal in so ner Runde und ich sterbe jetzt hier grad fünfmal. Was hat er behindertes Skill, ey? Market. Lake, 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 Lake. Das ist natürlich auch Market dann da, ne? Logisch. Ja, aber... Lake ist jetzt gerade der Typ, der im Scheiß. Ich hab' ich nicht erwischt mit meinem Booster. Der Booster ist nämlich cool eigentlich. Ich bin auf dem Weg zu late. Ja, bitte, bitte, bitte. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Guck dir das an. Ich krieg' einfach voll den Pushback und dann hab' ich... Ich hab' keine Chance gegen den. Oh, Sprenner. Fuck. Ja, das sind ein paar Leute, muss man sagen. Alter, der ist richtig heftig. Gell? Der hat seine... Der hat seine Dinge jetzt geskillt auf Schnee... Äh, Eis. Sind das Eis-Splitter? Eis. Ja. Äh, das sind Eis-Splitter. Alter, ist das eklig, dieser Skill. Du wirst... Kriegst nen Knockback, du kriegst sau den Schaden, er spammt ihn einfach zu Tode. Und dieser... Das sind einfach alles Mages, kann das sein? Ich glaub' das Spiel ist einfach total broke, wenn du eine Klasse komplett ausgeskillt hast. Also eine Klasse komplett im Team eigentlich mehr als weniger hast. Wie wir beim Brute... Alter. Der behindert. Ich wär's halt sinnvoll, wenn wir... Du alle. Schwert schwenken. Jo. Jo. Jetzt werde ich sterben. Ich weiß. Wir sind Pyramide. Da. Mir doch. Nein, 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 nein. Oh, aufpassen. Oh, tot. So, Junge. Ähm, ach, der ist nicht gestorben. Äh, die Mages sind ziemlich schwach im Nahkampf, aber sobald sie ihre... Ja, aber der behinderte, der behinderte Eis-Sturm trinkt sich ja gar nicht aus dem Nahkampf kommen. Das finde ich so doof, dass der Knockback macht. Die Pyramide grad... Nee, Pyramide ist nicht wahr. Ja, ich hab's... Ich hab's hier... Ich hab's hier gerettet. Weil ihr's ja nicht gemacht hat, nachdem ich's ausgerufen hab. Entschuldigung. Ja, wir haben Lake und, äh, Marketing. Ja, ja, das sagen sie immer alle am Anfang, ja. Ja, dann gucken wir auch Namen. Nein. Ja. Nein. Nein, wir müssen jetzt den Typen da töten. Okay. Die wollen Freina nehmen. Find ich lustig. Was sie wollen, was sie... Nehmen erst aufm... Erst aufm... Erst aufm... Nice. Der, ähm, der Mage hat mich mit sich in so'n Eis-Dinge rein... Die wollen Pyramide. Einer läuft in die Pyramide rein. Ja, das ist so'n scheiß-Mage. Da kann ich Hilfe gebrauchen. Ja, ich bin schon da. Ja. Ich seh dich nicht. Alter, was ist das für ein harter Nachbeck in diese... Jo. Ne, also ganz ehrlich Leute, das ist eine total krasses Skill. Ja, ich hab ihn tot gemacht. Ja, da müssen wir auch mal Ernten-Klassen-Skillen, würde ich sagen, ne? Für die nächste Runde, so? So? Na, mal gucken. Ja, ich hab' mal mehr Zeit haben und so. Ey, das ist nicht für die für nicht während der Aufnahme, würde ich sagen, weil das dauert so lang. Ne, natürlich nicht. Freund, ich hab' gesagt, ihr sollst im Schein kommen und was machen. Ja, ich bin in der Pyramide und verteidige... Ich vergesse es. Okay. Okay. Leid ist im Knast. Und damit, was ist mit dieser Runde? Sehen wir uns gleich wieder, oder? Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ah klar. Zwei Runden reichen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.